Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mich gratis unterstützen könnt und dabei sogar Geld verdienen könnt. Dazu müsst ihr auf queser.de gehen über den Link in meinem Video beschreiben. Dort hat es über 3000 Jobs, bei denen man Cashback bekommt. Von ein paar Euro zum Beispiel oder in Prozent. Dort kann man auch Geld verdienen, indem man andere User wirbt. Und da bekommt ihr zum Beispiel, wenn jemand den Queser empfiehlt, sieben Prozent von seinen Cashbacks über. Und wenn der noch jemanden erzählt, bekommt der davon noch drei Prozent. Und wenn der noch jemanden empfiehlt, dann noch ein Prozent. Ich habe hier noch eine Liste hergestellt über Shops, die man bei Queser findet und stelle sie noch in die Videobeschreibung. Eine andere Möglichkeit ist noch, indem ihr meine anderen YouTube-Kanäle abonniert und die Videos anschaut. Hier bei Visual Discle Facts lade ich alle drei Tage ein Video hoch, mit Statistiken über Sportturniere und Sportereignisse. Bei Translated Words lade ich hin und wieder mal ein Video hoch, über bekannte Begriffe in anderen Sprachen. Bei Animal Voices lade ich alle paar Tage ein Video hoch, über Tiere, wie ihre Stimmen so klingen. Und natürlich könnt ihr auch diesen Kanal Müll sammeln in Luzern abonnieren und weiterempfehlen, damit ich möglichst schnell Geld verdienen kann, damit ich, bis ich eine Arbeit gefunden habe, meine Rechnung weiterhin bezahlen kann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.